Kann ich auch noch keine Feinde erkennen? Ups. Hier scheinen noch nicht wirklich Feinde zu sein. Oder irre ich mich? Oh. Oh ja. Moment. So. Mal schauen. Mobilitätsverbesserer. Okay. Warum ist das jetzt wieder deaktiviert worden? Oh. Da vorne ist die Kacke ein bisschen am Dampfen. Deswegen. Jawoll. Mal wieder Seth. Seth. Nicht Seth. Bam. Ist das da einer? Mal scheiß drauf. Ach. Kippt schon um. Geht doch. Achso. Das ist nur so ein Schatten. Okay. Ich weiß noch. Es gab irgendeine Waffe, die einfach nur Ultra gegen die Seth war. Aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich hau mal kurz Tarnung rein. Denn ich wollte mal gucken. 1000 kostet verdeckter Einsatz. Okay. 200 brauche ich dafür noch. Alter, da ist voll einer. So. Ich will mal versuchen, den da hinten direkt rauszusnipen. Bam. Den hab ich dann... Da hab ich seinen Schild aber... ...verarbeitet. ...effizieren. Okay. Was haben wir denn? Ich sollte vielleicht gleich mal Dings aktivieren. Hier. Nano-Vision. Hätte ich fast gesagt. Den Visor. So. Waffen, Waffen. Bla, bla. So. Alter. Alter. Ich glaube, es hackt bei dir. Kleine Missgeburt. Verpiss dich. Alter. Was für eine kleine Nutte, ey. Oh cool. Ein schwimmender Blutfleck. Auch nicht schlecht. Die kommen unmöglich durch den Kontrollpunkt, Mann. Die müssen einen Weg außen herum finden. Oh. Ach so, der ist schon tot scheiße. Verflucht nochmal so. Aber. Ich hab jetzt 1000. Das heißt. Zack. Verdeckter Einsatz. Und wieder auf Escape gedrückt. Yay. Denn jetzt bin ich leiser beim Gehen. Hab... Äh... Da können dann meine... Die Feinde quasi meine Schritte nicht hören. Und das ist... Das ist angenehm. Ne? So. Das ermöglicht mir nämlich... Am Arsch, ey. Ich bin doch getarnt da schon um die Ecken gekommen. So ein Bullshit. Ja, mach hinne hier, Schlampe. Ach so. Ja, am Arsch. Fickt euch doch. Wie arschig ist das denn? Wir haben wohl Schiss vor den Zeft. Wie sieht's denn hiermit aus? Scheiße, egal. Zack. Damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Über die Zell-Nanodeck-Anlage. Dringe in den Zell-Befechtsstand ein. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie hier einen Unterschied macht. Oversight hier ist ein Sparagd 1. Mehrere Chef-Läufer nähern sich Kontrollpunkt Delta. Erfinde Unterstützung. Verstand. So, da kommt doch hier gleich. Alter. Der Ball 3 ist unterwegs. Das war zwar nicht so gesund für mich, aber auch nicht für die. Von daher kann ich damit leben. Ja, ich stelle mich absichtlich ins Feuer. Ist ja gut, Gefahr. So, da oben ist noch einer, ne? Bam. Bam. So. Genau. Hier rein. Hab ich noch voll. Ich hab noch. Ah. Oh. Verdammt. So. Ja, was der wieder schluckt hier. Auch sehr klug mit einer Schrotwinder auf eine erhöhte Position gehen. Na recke, du kleine Schlampe hier. So. So. Nachschub holen. Verpiss dich. So. Was haben wir hier? Uh. So, dann ziehen wir uns hier mal ein bisschen zurück gerade. Vielleicht ist hier ja irgendwas cooles drin. Sieht nicht so aus. Schade. So einen auf Hecken schützen hier. Oder Gebäudeschützen in dem Fall. So. So. Gar nicht. Gar nicht. Schau. 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 Ja. Am Arsch. Scheiße. Jetzt kann ich das Ganze nochmal machen, oder? Nein. Ich will nicht. Ach. Scheiße, ey. Ja, das kommt davon. Hören Sie, Mann. Ich sehe jede Menge Cell-Aktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Wir haben wohl Schiss vor den ZEW. Gehen Sie weiter Richtung Kirche. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszutricksen. So. Schneller Sprint hier. Ruckzuck geht das. Ich hoffe nicht, überlebe ich das. Gut. Überlebe ich. Ja, die kommen von hinten, ihr Genies. Hä, geil. Habe ich den dann mit einer Granate geplättet. So, da oben sind noch welche, ne? Scheiße. 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 Ach, komm. Könnt ihr nicht... Alter, von wo kam der denn jetzt wieder her? Hier. Alter, wie viel die aushalten. Das ist ja mal richtig krank mitunter. Ganzes Magazin habe ich in den reingepustet. Ja, da oben will ich den nicht killen. Komm runter. Ich will deine Punkte, wenn schon, haben. Deine Nano. Katalysatoren. Bitch. Wo ist der? Da ist er. So. Der ist erledigt. Ach, komm schon. Na? Jawoll. Alter, 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 alter. Habe ich den erledigt? Geil. Oh, nicht schlecht, was? So, du kleiner Flachwichser da. Na, wie geht's? Ja, ich seh nichts. Ich schieß trotzdem einfach mal. Trottel. Das werdet ihr kaum verhindern können. Schön. Finde ich nett, wenn sie stehen bleiben. Ja, mein Toten. Ja, mein Toten. Scheiße. Ah, verdammt. Da habe ich meinen Überraschungsmoment jetzt schon eingebüßt hier. Egal, kriege ich wieder hin. Na? Sieht sicher aus. Bam. Das ist zu sicher. So. Was hast du mir hier gerade angezeigt? War das gerade ein Feind? Sieht aus, als wären die Straßen völlig abgeriegelt. Ja, mit dem Raketenwerfer. Um hier die Barrikade des Areals. Na, los, komm her, komm her. Komm noch ein bisschen näher. Jawoll. Der ging zwar in den Kopf und nicht in den Hals, aber egal. Sieht trotzdem witzig aus. Oh, jetzt sind sie hinter mir mit einmal. So, wo ist denn der hier hin? Da haben wir ihn ja. Alter, der ging aber voll in die Eier. Autsch. So. Den hätten wir. Schauen wir doch mal, wie wir die anderen dezimieren hier. Oh, der ist ja. Das ist ja kein Problem, der eine hier. So, und da kommen wir von hinten jetzt mal ran. Oder auch nicht. Oder wir bratzen ihn einfach nur den Schädel zu Brei. Alter, wieso von hinten? Wo kam der denn schon wieder hoher, Mann? Da war kein Schwanz. Alter, das darf nicht wahr sein. Wie mir die auf den Sack gehen hier schon wieder. Und immer wieder dasselbe. Immer wieder von vorne. Ich guck mal kurz, wo Schnellspeichern ist hier. Ah, meine Fresse nochmal. Da nicht, Tastenbelegung. Steuerung, hier. Tastatur, Machinne. Bewegung, Kampf, Nanosuit, Fahrzeuge, Multiplayer. Ne, wo ist denn das hier? Handbremse. Ja, das ist alles hier. Hä, das muss doch irgendwie gehen. Oder gibt es hier kein Schnellspeichern oder so? Oh, Mann. Hören Sie, Mann. Ich sehe jede Menge Cell-Aktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Wir haben wohl Schiss vor den ZEW. Gehen Sie weiter Richtung Kirche. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszudrexen. Infizieren die Cell-Manotek-Anlage. Dringe in den Cell-Gefechtsstand. So, also das Ganze. Ganz ruhig. Nicht aufregen. Ich sehe jede Menge Cell-Aktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Wir haben wohl Schiss vor den ZEW. Ja, halt's Maul, meine Fresse. Ich höre es jetzt schon zum dritten Mal. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszudrexen. Wieso ist er da eben nicht gesprungen? Das war Scheiße. So, jetzt aber. Sack. Na ja, los. Hopp. Oh ja. Boom! Oh ja. So, also den ganzen Spaß hier nochmal. kurz warten und weiter geht's